Naja dann, also spiel ich gerade mit dem Blech hoch Der Tod ist unter euch Ich hab Zeit Worauf warten wir noch? Wack, na ok In dem Licht sieht irgendwie, die sah ja ein bisschen Gold aus, oder? Kommt was nur so vor, von meiner Perspektive Somit die Medaille der Hell zumindest Ja Ich werde mein Land mit Stolz erfüllen Hä, ich kann euch nicht durchklippen Wenn du im Roadhog drin stehst, siehst du die große Leere Ich hab doch C Ja Upsala Genau Oh Oh Ja Zwei Schweine Zwei Support Sniper Ich glaub ich spiel mal was anderes Gleich etwas, wo die Sniper in die Dress springen kann Alter, die hackt Jetzt schon, echt Ah ihr Leid Bevor er erwesend ist Ich möchte euch mal herzlich Hinweis Der Obitorati nicht so zu stressen Ja Das ist sehr schwer für deine Bogen Das ist sehr arschrengend von der Mittel zu schnellen Glaub's Aufheitliches Geschütz voraus Alter, ich kann doch nicht ruf, ruf dir ne Punkt Ich komm nicht ruf Wir lassen das schon mit der Ver-Kack-Schnergleier mal anfangen Alter, du kannst doch nichts machen! Egal wo du bist, du kannst doch A gehauen Ja, was du willst schon machen sind, du brauchst jetzt Profis Alter Schwede, ich komm Oh, komm Oh, komm Dammit Mir stirbt keiner weg Wir wissen ja was ich noch machen mit Die Widow hackt eindeutig Und der Dado auch Also ich mein's Wall-Hack Mensch, Wall-Hack hätte die Ja Das... Ist mein für dich Ja, lass nach vorne mal kurz funktionieren Oh, ok Wo wechseln Ich muss mal Eisen- Eisen- Eisen vorrug probieren, oder? Guck mal gesund Ja, sch... Die hat Wall-Hack, ja Ok Links lang Alter, mein Spiel ist kaputt! Ist gehackt, hässlich Ja Alter, was zum Geier Oh ne Was zum Geier ist das? Was zum Geier ist das? Was zum Geier ist das? Ich sah, dass jetzt die Widow hackt, sie hat bisher noch kein Body schon gelandet Oh, Stille Oh Ich hab keinen Knack Oh 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 Ich hab noch 2,30, noch 18 Oh Oh, scheiße Und die Hacke Und die Hacke Und die Hacke Die Bastion hackt Die Bastion macht gar nichts, die Bastion ist scheiße wie Sau Oh Hab sie Ich hatte sie gereist Reicht Health Ich hab nix mehr Ich hab nix mehr Provision Ja Super Windows Lad doch nimm Geht nenn Ich bin getrapped Ach, scheiße Alter, was ein ekliges Spiel Die Widow kotzt dich grad so dermaße an Dann haben sie die Bastion da links stehe Du kannst nix machen Die Hacke Ich hab sie Ich hab sie schon wieder da gehabt Aber der Soldier overhackt immer noch Feindliches Geschütz voraus Der Trafen führt meine Klinge Alter, die haben mich Das gibt's doch nicht Hopp, die sind 3, wenn ich ja jetzt nicht das reiche Ich bin ne scheiß Zollgierter overhackt Muss man doch mal runterkriehen Hopp, die Hand kein Bastion mehr und kein Irgendwas anderes hab ich gekriegt Weiß noch nie was Okay Einfach mal drücklaufen Die zwei sind doch schon längst drin Alter, das geht Feindlich geschossen Neugradiviert Neugradiviert Gebruch, gebruch An dir kommt keiner 30 Sekunden Ami, keine Zeit Halt dich Feuer frei Oh Oh Die Widow macht mich so kalt Das ist unfassbar Ich kann nix machen, Kitty Und der Soldier Der Hacke, Abyss auch Ich kann nix machen Wow Alter Schwere Alter Schwere Alter Schwere Ich hab noch nie so hart in dem Mundgeschiss gekriegt Noch nie War der herrschte Mundschiss Jemals Jemals Hat er nicht schrieben Eine Idee von Warkstand an der Payload Ja, ich war Ich bin immer drauf, aber die Widow Hat man dann aus nächster Linie Jaja, aber du hast schon nur als Segun gelapt oder so Jaja, genau, ich bin Nin Bin auf die Widow zugedasht Hab Reflected Dann hat sie gewahrt bis sie Reflected war Und in der Segun hab ich die Hader geholt Hm Hier hat wahrscheinlich ein ganz ganz gröses Genji Trauma Ja nett nur als Genji, als Reinhard genauso Hm Du war das Schild weg, zack, hätte er Unterwegs nach Nepal Ja Machen sie sich bereit zum Anreifen Was übliches Jetzt kommt Quarte Hill Das ist ja quasi die Heimat Ja Da muss ich ja quasi also holen Mensch, oh jetzt was macht's schmerz Hm Hehe Doppel Eisevogel Jee Hau ab Genau Nimm der Ecker Mein Eisevogel Ab Ab Der NBH kann jetzt noch irgendwas Tankliches nehmen Dann kann ich so Junkrat Oh, knapp der Knab ist auch vorbei Was hat er denn genommen? Äh, Lucio Ja Ich strahle diesen Omnix nicht Und dieser Ort gefällt mir gar Mach da nix draus Ich bin aus Blech Ich bin quasi Tank Jo Quasi 80% Blech Ja 20% Tranquility Lass sparen Lass sparen Ah, okay So geht's auch Jo Die Kugler sind halt aus Blech sparen Ah, okay Ich dachte ihr wären aus solitem Gold Nein, nein Das ist ein ganz billiger Liebes Kugler Aus dem sechsten Sound Da Sparen Verdammt Ich bin tearsiv und zack Ich bin jetzt extra Ich bin mit dir unterstieg zum was Ja, hinterher Doppel kill Doppel kill Und links. Ja du Erfa ist an mir da. Du weißt nicht. Nice Kacke. Jetzt werfen wir die Kacke in die andere Richtung. Ja. Da sind alle tot. Komm 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 komm. Warum? Schlecht sonn. Oh. Der Kacke. Da ist immer noch dieses Drecksitzkind. Das Drecksitzkind. Das Drecksitzkind. Ahja. Wieso? Wieso ist das Drecksitzkind? Jo. Das heißt in zwei bis drei Jahren wird Tracer nämlich spielbar sind. In Europa. Ja ne es ist ja schon äh. Quasi. Die. The no. Also es ist ja schon past Drecksitzkind. Derzeit. Achso. Oh. Die hat die Soldiertkarte gehackt. Oh da hat der Importer geschnitten. Oh mich haben sie. Der Drache verschlägt. Oh da fehlt jetzt auch irgendwo hier. Oh ne. Oh Gott sei Dank. Oh da. Den. 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 Oh. Oh komm mal her zu uns. Oh. Oh. Ja. 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 Di. Die. Ja. Mach'r. Mekri. Der MC Kree? MC Kree hackt mich nie MC Kree ist scheiße, nur was Soldier ist mir echt scheiße Rattern in uns Dem MC Kree tut nur rechts klicken Ah ne, halt ihn rein, der muss trotzdem Ah jo Hach doch, muss ich nicht ratzen Ah Damit sind sie gerast Oh shit Nix passiert Oh, zwei Wenn das noch eine Sekunde länger gegangen wäre, hättest du dann gehört Punkt der Stand Hm, wie gesagt, ich glaube es darf keiner drauf schießen Dann ist es quasi Unmöglich Das heißt, du brauchst ein richtig richtig beschissenes Team Was nix treffen Darum bin ich da Ah, jo Weil hab ich mir nicht mehr getroffen Oh, ich will eigentlich da hoch, egal Ich will Und es ist auch schwer Hm, aber es ist schöner Ja, das stimmt Oh, wir können mal runter schießen Jo Oh 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 Ob der ein bisschen die Nerven verloren hat? Eventuell Oder, Mensch, da wär das Gaspedal durchgedreht gewesen Oh Ja 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 Nee Hab ich drauf geschaut, tut mir leid Das ist ja einfach Nie kriege es erschienen Das ist so abnormal Oh Oh, die Messer, der wird langsam wieder laver. Es ist halt wieder ein Kille, dass die schwer abwarmen. Oh, dann kann ich mal holen. Ja, dann hab ich. Die Masi läuft immer noch. Die Masi, komm, kill die Masi, die hat noch eins. Aber jo. Oh, da hab ich nun. Oh, da haben wir, okay. Jetzt guckt, wenn noch alles bleibt. Lass dich nicht um. Jetzt werden sie tot, ja. Oh, die Tratzer. Jo. Guten Tag, Discord Orb ist unfair wie Sau. Was? Dein Orb ist unfair wie Sau. Du musst die Ammo in den Kopf treffen, dann ist sie tot. Manchmal Kackhäufchen. Kackhäufchen, ja. Ich hab grad einen Trazer geritt. Was? Also, sie war unter mir gelaufen, ich bin über ihr gelaufen. Wie am Kopf, in dieselbe Richtung. Das war lustig. Mein Ultimate lebt sich auf. Oh ja, das tut es. Mein Ultimate ist fast bereit. Boah, Alter. Und dann noch eins. Die Sau. Oh nein. Oh nein. Oh. Sammeln. Oh, jetzt kommt's Leben so wieder. Sammeln. Leben so wieder, das kann's nicht Sinn. Hm. Der Hi-Patch wird so eklig. Da wird er leben und der Messer gekillt hat. Da geht's! Boah, Bennett! Stürt die heilende Ruhe. Geh weg in den Brunnen. Ja. Oh, helft da! Mach's, mach's, mach's! Oh, was ist gerade drin? Oh, was ist hier? Ich bin hier. Nein, nein, nein. Ja, nein, nein. Verlängerung. Ah! Aber so ist hier. Ja, ja. Warte mal. Hm. Hm. Hm, hm. Highlight des Spiels. Die Stunde hat mir schlacht. Hm, hallo. Da ist schon... Boah, ja, okay. Und dann noch die Stab. Mit anderen Worten, die Zaya hackt. Die hackt, ja. Stimmlich eigentlich. Kaffee. 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 Vorsicht, die Mice sind befreit. Das qualifiziert ich nicht, damit ich zurück spiele. Ja. Ah, okay. Uh, du bist gerade außerhalb der Reichweite gelaufen, ja? Ja. Ja, außerhalb von der Reichweite wärst du, ja. Ziemlich weit, außerhalb von der Reichweite. Nee, das ist nur die Popcorn-Maschine. Ah, okay. Das kann natürlich auch sein. Mensch, als hätte er die Popcorn-Maschine A gemacht, der beim PC. Ja. Das ist der Blech, der rappelt so. Ach so. Ah, so rappelt der. Was ist denn so passiert, Gabriel? Das ist ein Augenblick für meine Meditation. Brauche ich neuer Poppera hier? Das Shoot-Kram, du. Ist nicht immer noch der selbe? Na. Ähm, jetzt machen wir was. Angriffsphase beginnt in 30 Sekunden. Freunde! Schreit hier doch untäglich rum! Da schreit jemand nach ner Abreitung! Kauf da so In-Ear-Dinger und ein gescheites Mikro dazu. In-Ear! Was meinst du? Hä? Halt, was? Komm mal bitte! So In-Ear-Kaufst du da und ein gescheites Mikro dazu. Ja, fang jetzt grad! Fag dann! Fag dann! Fag dann! NOOOO! Fag dann! Fag dann! Fag dann! Fag dann! Woo, oh, 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 nöd, eh? Was in the feather? Oh Warum schiebt mir auf mich? Du bist echt tot Oh, da hinten steht der Turret Scharfschütze Lass mir einfach mal drauf Keine Ahnung, schließt dort Ich glaube ich bin schnell gedreht Oh Lass dich nicht umbringen Ich nehme den Zielpunkt ein Will sich jemand anschliessen? Vorrücken zum Ziel Ich nehme den Zielpunkt ein Will sich jemand anschliessen? Wir gebafften Murphy Wir gebafften Murphy Was zu geil Nein, nein, nein Manne kaputt Geh mal hin Ja Oh, ja Die Maid wäre noch da Oh, ich komm so nicht durch Ja, noch mehr Oh Hallo Ja Ja, das war's doch eigentlich Ja, das war's doch eigentlich Ich hatte sie ja, dass das jetzt war Ja Ja, das war's Ja, das war's Nein, nein Oh nein, die Maid sieht's Oh Oh Du musst sterben, du musst sterben Ja, und weiter Schön flusen Jawohl, Wetterbogen Und Contested Und fertig Nein 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 Das war witzig Das war sehr sehr witzig Oh, der Wackler Warte, wo? Ah nein Der Wackler ist da Oh, ja Mir stirbt keiner weg Ah Ah, so ist der Wackler gestorben Okay Jo Hallo Ich weiß nicht, wer mich gebeten soll Ähm Boah Wow Oh, der hat schon zwei Hä, okay Ausgezeichnet Jo Ja, ich wäre nicht gestorben Aber auf der anderen Seite haben sie mich auch nie abgriffen Ich hab glaube ich nie Die App Schadens.Grid Ah ja, okay Fühle ich genauso Moment Ist das Morse? Ist das vielleicht Sombra-Code? Funktioniere.de, das Ding Jo Perfekt Defend Ah ja, komm, bleiben wir noch dabei Ist das immer noch das Ding, wo zusammengeklebt ist? Nein, nein, nein Ist schon wieder ein nice Ding Ja, das Ding zur Ro-Card-Shoot Ja gut dann Beim Auswerfen dann Ja, aber die Headsets sind echt nicht zu empfehlen Ich kenn drei Stück meines ingeschlossen Die sind alle kaputt mittlerweile Und sie sind... Verahnung, wie alt ist denn das jetzt? Jo? Also ich kann dir empfehle Diese Firma Sennheiser Ich hab mal vor CEO ein Headset kaufen Das hab ich immer noch Ja Sennheiser ist anscheinend schon ziemlich gut Das war aber günstig Es hat glaube ich nur 40 Euro kostet Ja, ich hab's ja in alle Preisklasse bei denen Jo Aber ich mein Wenn schon, äh Könnt man sich ja 1 vor 500 Knaller holen Ah jo Machst du wie die Melissa Kaffst du 1 vor 200 Knaller Jo Aber gut wär das Jo, benutzt du das bestimmt oft Ähm Ja Also benutze wär ich das dann demnächst Ah ja, das wär das so Jetzt wurde es so Ja Wann benutze du das wirklich schnell auf? Na den grad ich das benutze, ne? Freu ich Was machst du dann, wenn sie bei uns der erst kommen will wieder? Dann hat sie bei euch gerade Hallo, dann hat sie ausgeschlossen Ähm, muss das... Muss das Blech-Fochel-Headset nehmen Achso Jo Ah ja Das Blech-Fochel-Headset Jo Das ist nicht äh Ist nicht äh Uh Oh nicht! Kakao, bliege und sieh Mensch, die Faradauwold, die hat Bock Die da draufsteht und einfach nur 100 Ballert und nichts trefft. Oh, der McCree kommt von der anderen Seite. Ah ja, komm, wir stecken ihn nach vorne. Ja! Oh, die Farah ist der Workflow. Wir kennen die Sachen nach uns irgendwo. Oh, McCheerisch. Ah, der hat, ne? Die Farah, aber... Kannst du doch Discord draufhauen? Ja. Oh, scheiße, ich hab geschildet. Wo ist die Farah? Oh, hinten. Oh, ja. Okay. Oh, bei dir geht's ab. Von der mit drinnen wären sie. Okay. Oh, da hab ich kein Bock drauf. Oh! Oh, wopala! Oh, ah, hallo! Eh, ich bin weg. Mach mal das? Ja, RageCut. Ungelogt. Ja, hallo. Oh ja, bist du auch in der Map von der Gfall? Ja. Ja, auch in der Map von der Gfall. Ja, die Map, die ist schwer. Ich hab noch nicht gemerkt, dass die doof wird. Ja, ja, von der Gfall, kein Angst. Das passiert nur 30 Stunden und das passiert auch nur 200 Stunden Spielzeit. Der hat geschlagen. Stoppt sie sofort! Sicher den Punkt! Ja, das war schon ziemlich gut, dass ich da runtergefallen bin. Bei dem Reinhardt. Das war... Ich hab einmal ein bisschen's gehabt. Ich bin welches in der Rückwärts runtergelaufen, ich bin Shae. Ich hab Shae gedacht, ah, ich bin Jogenji. Oh, dann hab ich gemerkt. Ich bin Jogenji, ich kann 2-mal, äh... Ups, nöt, nöt, nöt kann ich net. Jo, ich bin schon handsome, ganz schön. Ja, überhaupt nicht. Oh, äh... Also, da hinten steht der McCree. Kannst du mir mal eine Kugel geben, die Liebeskugel? Danke. Okay. Ich hab mir da Bock bei mir, oder? Eigentlich wirst du schon... Eigentlich wäre das ja perfekt, wenn ich nur... ...de Bannert supporte dich. Der erste Achievement und ich bin mal... Ich werfe einfach nur die Kaka häuschen und der Bannert holt's zu weg. Oh... Abgehackt. Oh, das war schlau. Ja. Oh, die Farahin ist... ist geboostet. Kannst du... Warum ist noch einer geboostet? Das macht ja Sinn. Jetzt bist du geschützt! Pass auf! Nee! Ja! Auf! Hey! Ra- oo! Der Dessert. Frank verliert hier, wäre er wieder bereit. Das ist schön! Oh, der ist ein bissel weit drüber! Oh weit drinnen, hallo! Nee! Oh, okay. Hab ne. Ejo. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, das war eklig. Wackertegi. Justice. Und. Gravity. Oh, try. Okay, angst. Wackertegi. Commence the hacking. I think it's a Pharah. I think it's a Pharah. Links war Pharah. Scharfschütze. Hey. Er hat jetzt entweder a Wither oder... Ah, nee, das ist die Annaburaza, Sniper. Kenji links aber. Zu West. Oh, was hat mich schon fertig gemacht? Nach der Pharah? Oh. Oh, äh, nein. Rechts von uns. Oh nein, gar nicht. Oh, links, links, links. Oh, ja. Der macht mir keinen Bock, nein. Weg zu weg. Ja, links wahrscheinlich, ne? Ja, links. Der gackt. Oh nein, so nett. Nein, nein. Was? Wieso? Oh. Oh, der Heino. Macht kein Sinn. Der Heino. Ich hab Tranquility kaputt gehabt und er hat ihn trotzdem kaputt gehauen. Bitte? Der Banner ist trotz Tranquility kaputt gehauen. Mit was? Mit dem, äh, vom Reinhardt seinen Hammer. Das macht eigentlich keinen Sinn. Soweit ich weiß, wenn ich nur die Pulsbomb kann durchgehe, weil's... Wie ich halt auch so, weil... Also alles, was, äh, was... Tranquility ist ja weggegangen. Also alles, was... Alter, die Pharah! Alter, ich kriege die mit U-Zung. Rechts ist sie jetzt. Pharah ist immer noch rechts. Ja. Pharah ist hier nach uns. Oh. Du weißt. Ja, das ist schon nice fair, ja. Muss ich schon sagen. Lasch mal mal links, Gorillae, hä? Lasch mal mal. Ja. Ja, deine. Ja, ja. Danke. Oh, da links auch mal. Links auch mal ist wieder was. Hast du gehackt oder was? Ach, ja. Oh. Kann jetzt der Gäste, guck. Sicher? Oh, geil. Oh, der wird gay. Oh, geil. Oh, ganz schief auf mir. Ganz schief auf mir. Haben wir gehackt. A better game. A better game. Aber, äh... Liebes Kerl, wenn's edge. Oder liebes Kuchel. Wer nach links. Oh, ja. Okay, mach. Oh, da oben, da oben, da oben. Auf rechts, ne? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Will er nie herkommen? Will er sich nie ihr Liebesperl abhole? Ja, ja. Bitte nimm mal. Hm? Zephara. Ah. Höh, ha, ha. Was ist der alles so toll? So, der Reinert hinter uns? Was? 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 Macht's keinen Sinn? Wie ist der Hintertrag aus? Mich verhält es nicht, aber es war lustig. Reinhard hat sich einfach hinter uns gestalpt. Reinhard hat sich einfach hinter uns gestalpt. Metal Gear Reinhard. Alter Schwede. Das kann netz Sinn. Highlight des Spiels. Er hat sich einfach geristet rein. Das ist der Lechwein da. Flank hart ist aber cool. Leck. Na gut, mach ich mal was er esse. Du sitzt aber Quatsch. Geil, das ist komisch. Das ist coloss, wird mental bestautres! User jetzt momenteilos ist. Na 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 na. Oh cool, ich hab's Riverboat-Skin gekriegt. Nice. Jetzt kann ich endlich mal mehr gierig spielen. Ja, aber die Achievements. Jo, naja. Ich renne jetzt nur noch dir hinterher. Und greife die Geschichte nicht mehr an, sondern werfe einfach nur Kacke ins Gesicht. Wann müsste das klappen? Dann kriegst du den Killer-Shipment und ich krieg auch den Robo-Shipment. Kriegst du hin sechs Sekunden, oder? Nein. Mit einem Magazin. Na komm. Man darf sich ja nicht zu leicht machen. Wollen wir den Eisenvogel noch probieren. Das soll doch machbar sein. Sechs Sekunden, ein Magazin, drei Kills. Mhm. Kein Problem. Der Tod ist unter euch. Och, Menno. Geht du da? Verschlafen! Och, Menno. Na ja. Du Archer. Hm? Ah. Angriffphase beginnt in 30 Sekunden. Oh, was für eine Ehre, ein Mitglied der Sharmali zu treffen. Mondatta war sowas wie ein Idol für mich. Das war ja für uns alle. Ich vermisse ihren Schmerzen. Fünf. Fünf. Vier. Drei. Drei. Zwei. Eins. Angriff beginnt. Drei. 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 Geht mir bestfreundliches Geschütz vernichtet. So einfach kriegst du mich! Los geht's Leute! Ich glaube, wir sind ein ziemlicher Essen-Fiss. Mhm, wir können nicht mehr drauf. Ich hab dich im Wies. Wir müssen nicht fahren. Diesmal bringe ich's zu Ende. Die Prachtung nicht, das hat ich geschehen mit euch. Immer fest den Ruf! Spürt die heilende Fühlung! Der Ruf! Der Ruf! Der Ruf! Der Ruf! Der Ruf! Der Ruf! Ausrücken. Die Luft hat den Chat voll bereit. Vorsicht gegen Verkehr! Das ist das Ende. Was ist der Putz? Von den Toten auferstanden. Na, ihr Passive-Programm-Ziegel-Ficker. Guten Tag. Guten Tag. Die Luft hat den Chat. Segen die Luft sind wir? Haus der Schreiber! Wie ist es? Hey Leute! Was es nicht umbringt, mach dich nur stärker. Wie was hat den Chat-Cold erreicht? Feindliches Geschütze! Voraus! Oh! Tonics! Du bist bereit! 2 2 2 2 3 Uuuhh! Erado die Hempel! Oh, voll nicht gelöblich. Es kann weiter gehen. Spürt die heilende Röder. Achtung! Jetzt wird's massiv. Das ist eure gerechte. Ich habe es in dem Ziel. Stimme! 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 Von den Toten auferstanden. Vorsicht! Gegenverkehr! Wunderer! Scheiße! Ja! Ist das alles in Bewegung? Hm. Ja! Hey, Bernard! Boah! Boah! Wahnsinn! Hallo alle! Schön Gase, um die Iris. Boah! Moana! Wie ist das? Oh! 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 Bernard, wie du deine Wolfe abgeschossen hast, sensationell. Wahnsinn, was der Reaver alles kann. Kein Problem. Also faszinierend fand ich euer Beaver. Die hat schon Freude im Modus gemacht. Episch! Da war die Payload noch nicht richtig drauf gefahren. Und dann hat sie gemerkt, oh scheiße, die fahrt ja gar nicht mehr weiter. Wenn sie Pech gehabt hätte, wäre sie deswegen paar Sekunden zu spät gekommen. Oh! 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 Ankunft am Watchpoint Gibraltar Komm Bernhard, mach nicht so, als würd ich überlegen, dann willst du es doch auch Von Wolle können doch nicht die Ritz hin Ach doch Der Tod ist unter euch Overwatch, ich ziehe den Schlussstrich unter eure erbärmliche Geschichte Eines Kriegers beste Waffe Angreifer in 30 Sekunden erwartet Ich genieße dieses seltsamen Schöne Elemente, der uns auf der Schiene Oh 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 Genji wäre hinter uns Oh 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 Taya ist am nächsten Punkt, genauso wie Zoltia und Genji Oh 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 Die Fracht hat den Chatball erreicht. Jo, komm. Geh mal wieder Insel rin. Jo. Ja, alle Uldis gezogen, schön. Was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker. Also ich weiß nicht, ich sieh unser... Was lief bitte uns. Stirb, stirb. Stirb, stirb, stirb. Reiter, zuhör mir die... Brauchen wir das noch mal. Die Frachtsmehr sind reduziert. Wann sind die so mächtig durchgebrußt? So wird mir aber nie gegiert. Dass ich niemand verstecke. Nur ich schreibe es. Wie ist es? Oh. Die Schöne 17-евige. Wann hat er 죽iert. Die Schöne 18-Jaw für die Schöne 18-Jaw für die Schöne 18-Jaw. Die Schöne 18-Jaw für die Schöne 18-Jaw. Aber Bodych-Jaw für die Schöne 18. Von die Schöne 18-Jaw für die Schöne 18. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Sie betreten jetzt Hanamura. Machen Sie sich bereit zum Angriff. Machen Sie sich bereit zum Angriff. Der Tod ist unter euch. Erweite den Kampf ein Satz. Solltest du nicht tot sein. Mir ist langweilig geworden. Angriffsphase beginnt in 30 Sekunden. Wir werden dich im Auge befreit. Und dafür halte ich die Runde. Fünf, vier, drei, zwei, eins, Angriff beginnt. Nehmen Sie Zielpunkt A ein. Wir kämpfen Schulter an Schulter. Wir kämpfen, wir kämpfen, wir kämpfen, wir kämpfen. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Okay, ne? Jo. Hab die Chance nicht gelöst? Ja auch nicht, ne? Nein. Leck! Ja, wir werden da halt ewig schneller besonnen. Okay. Ah, schön herkommen! Ja, ne? Ja, ne? Ja, ne? Ja, ein bisschen hinten. Schön gasen. Hallo? Oh! Na, ist aber ein bisschen mehr so ein Punkt. Ja, wir haben es verloren. Wie schnell sie uns weggegast haben, wir haben sie aber auch weggegastet. Ne, das war der größte Teil von uns beim gräfnerischen Team. Ja. Ja dann. Oh, das sieht man nochmal, wie ich es nicht mitkriege. Feierfrau! Ja, warm, warm. Macht kein Ding. Fehlt eh noch. Ja, ja. Flutmachs. 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 Für 55%. Ja, immer besser. Der Tod ist unter euch. Ach, das ist eine Aufwärmung. Beziehen Sie Verteidigungsstellung. Oh mein Gott, ich habe Marvin ins Gesicht geschossen. Besser als Kenny. Ja. Marvin halt das aus, der ist sowieso depressiv. Ein disziplinierter Geist ist euer bester Verbündeter. Angreifer in 30 Sekunden erwartet. Warum stehen wir hier rum? Wir haben Arbeit. Du hast dich immer gut um meine Richtung gekümmert. Mein Meisterwerk. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Angreifer nähern sich. Verteidigen Sie Zielpunkt A. Die Rache wird mein sein. Sie nehmen den Punkt ein. Das ist Danny ja Genji so schlecht. Neue Verteidigungsposition auf 10 Punkt B. Das sind komische Spielekarte. Ja, vor allem ich habe wieder fünf Stück in Uldi gehabt und es sind nur zwei Stück gestorben. Okay, Reinhard hat sein Schild hochgemacht. Aber... Bleiben wir ganz locker, ne? Alle rein. Ich fand den Spruch alle rein so... Was? Fuck. Ich hab meine Muckstück. Ich habe mich wegen... Ich hab's im Gegensverkehr! Noch einer abgehakt. Es kann was vergeben. Hacker, die Brune. Gelassenheit. Ah! Ah! Das ist richtig. Das ist richtig! Ah! Das ist richtig. oh Der Reinhold musst du dazu bekommen, aber der ist schon da Wie kann das Geschütz vom Torbchen Lucho nicht killen? Bernhard ohne Junkrat Lauf links, die mischt zu gleich, uuuuuh, zwei in der Mitte. Draht zu an, ey, ja. Oh, jetzt haben sie wieder hoch. Ja. Gab sie. Ey, ich sehe ja nicht, wenn der Lucio hinten die Treppe hochkommt. Ganz schön mitte, also unten jetzt wieder. Spürt die heilende Ruhe. Oh, soldier. Ja, kratzer ist da. Hacker auch noch. Von den Toten auferstanden. Haa! Die Lucio hat den Beat getroppt nur für sich. Der kommt von oben. Was dich nicht umbringt, mach dich mal. Vorsicht gegen Verkehr! Ah! Zielpunkt wird angehebt. Ainander! Ja! Wie auf dem ihr erwartet. Ja. Echt? Ich hab große Pläne mit dir. Einmal Rüstung zu mitten in. Für den Gästen Dank. Oh, ich hab das. Oh, lass die sich immer lang. Und ob. Iva und Junkrat. Ja! Hacker am Meter. Puppet der Eingeschild. Ach. Ach. Ich bin ein Schuss, ich bin ein Schuss. Irgendwie wirklich in die Spiele extrem komisch gerade. Ja, die fühlen sich irgendwie nur nix halbe, nix ganze, man. Haltet sie im Schach! Noch 10 Sekunden. Oh, Bernard. Jawoll. 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 Mama. Ja. 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 Angriffsphase beginnt in 30 Sekunden. Leert euren Geist. Konzentriert euch auf das, was vor uns liegt. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Angriffsphase beginnt. Nehmen Sie Zielpunkt A ein. Füttlerkämpfer! Ich habe den Bein gewonnen, von Franky ist schon fast! Füttlerkämpfer! 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 Irgendwie herrige Razer in der unten. Ich hole den Pumpt! Keine Sorge, das mache ich mit zwei Fingern! Ich mal wieder! Punkt einnehmen und so! Füttlerkämpfer! Nur ein Kratzer, nichts lebensbedrohliches. Zielpunkt A eingeladen. Greifen Sie Zielpunkt B an. Ich bin in der Aufmerksamkeit. Du bist dabei! Wut? Das soll du nicht. Sie haben dort ein Geschütz. Was ist das Ende? Milfa! Was ist das? Was ist das? Was ist denn die Männer, das ist dringend was, wenn sie so aggressiv vorgehen? Sie haben da dein Geschütz. Was ist das denn, oder? Diesmal bringe ich's zu Ende. Ryo, Ryo, pack a tissue, Hurey! Spürst du? Lera Affe. Aaaaaaah Ach yo komm er hat sich so rumdrehen kennel der Scheißhahn so Aaaaaaah Das gibt's nicht Amion Sieb Highlight des Spiels Oleg Sie macht es mit du Durchschreitet Wie wir es Episch Was sonst Sogar 2 Stimmungen gegen die Rische Team Beziehen Sie Verteidigungsstelle So Jetzt hab ich schon wieder gehabt bei Eilbri gemacht So die Zeit wär nicht vorhanden Sieht auch so ein bissl von der losen Primo's auf Oh losi Primo? Nein, nein Viel zu teuer Ja Der Tod ist unter euch Eines Krieges Waste Waffe Ist die Ah Angreifer in 30 Sekunden erwartet Hä? See? Die Fotosis Werde 1 mit dem Universum. 5, 4, 3, 2, 1. Angreifer nähern sich. Verteidigen Sie Zielpunkt A. Was dich nicht umbringt, mach dich nur stärker. D.Va springt immer noch bei uns. Was? Ja. Oh, die haben eine Bastion. Oh, die haben zwei McQuiz. Das ist mein Fluch. Oh, die Darden nervt mich. Niemand kommt hier. Sie greifen das Ziel an. Wir müssen es ein. Yes. Oh, das war. Was? Nichts. Nein, ich glaube es ist ein. Das war's. Ryo, Ryo, Stagatis, Jukuray! Der Sieg, der Sieg, der Sieg, der Sieg! Nein! Oh no! Oh no! Oh no! Beziehe eine neue Position. Oh, fast. Die Stunde hat geschlagen. Unser Alter. Die Stunde hat geschlagen. Bewegt euch zum Ziel. Es darf sie ihn nicht in die Hände fallen. Oh, Zeit. Schöpfe! Lenker aktiviert! Noch 60 Sekunden. Laufsinger auf die Gäste. Wie kann sich die Bastion einfach der Oberhofbauer? Oh ja. Schief. Noch 30 Sekunden. Noch 30 Sekunden. Ausführungsdruck. Sie dritten sind unsere Bestimmung. Na, gehen wir doch in der Harmonie? Nein, oder? Ne? Da gelockt? Oh! Zielpunkt verloren. Ich find's witzig, dass... ...de... ...die... ...die... ...Widow... ...Nora Mörsig reicht, Lägerabestchen. Niemand entkommt der Jägerin. Oh! Oh! Yep! Ja! Oh! Oh! Oh... Oh! Ich kann nicht, lass mich. Die war hinter uns. Warte, wie wär's? Hab ich das richtig g'seht? Ja, ne. Tene. Uh. Die Stunde hat geschlagen. Jetzt gehst du schon wieder dahin. Na ja, jetzt geht's. Uuuuuh. Die hat nämlich viel dahin. Die flieht halt immer hin und drüber. Genji, he knows. Ja. Ja, das dürften sie haben. Ey, die haben die ganze Zeit nix auf der Abelkrieg. Das versteh ich wieder nicht. Die bü produit. Jawohl, wieется die handhelds. Nee. Wir hier sein elemental. Warum wäre es so ab? Wir müssen damals dated. Oh, das ist alles möchtig. Ich bin den elektrik dug. Machen wir erstmal eine Lootbox auf Machst du die jetzt bei Heidelbrief oder was? Geh ich mal davon aus Das wäre wohl ein Macher, ja Machen Sie sich bereit zum Angriff Hä, was ist los? Die Heidelbrief, hast du da jetzt gemacht oder? Das Wasser ist am Aufwärmen, ja Der Tod ist unter euch Kriegen wir es einfach hinter uns Angriffsphase beginnt in 30 Sekunden Hey, hast du gerade im Rollen den Busch da gesehen? Ich bin weder der Gute noch der Böt Aber mit Sicherheit würde ich nicht erhissen Alles klar, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1 Angriff beginnt Ich fischere den Punkt Verzeihung Ach komm Ich fischere den Punkt Ich fischere den Punkt Oh 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 Das Ziel gefällt mir und erbrachte uns Erspartieren Sie die Pracht zu Ihren Ziel Du musst lieber erfallen. Ich soll die dann auch wieder spielen, Junkressen. Jetzt gibt es eine Aktion. Ähm, und die Failout für Kennerfahrer? Ich hab ihn dran. 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 Meine ultimative Fähigkeit ist bereit. Ach Gott, sind die so scheiße. Das war's. Oh. 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 Was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker. Jetzt hat er eine Spielpulose, Genji. Okay, wie er mich übersteht? Egal. Highlight des Spiels. Wow. Was soll denn das jetzt da? Ich hab mir noch was zu dringend geholt und so. Ich setz mal ins Haus. Ich werde mich nicht umbringt, aber ich werde mich nicht umbringt und so. Ich werde dich nicht umbringt, aber ich werde mich nicht umbringend. Ich werde mich nicht umbringt, ich bitte umfiel, dass du dich nicht umbringt oder ich nicht umbringt. Keine Ahnung, das ist ja nicht umbringt. Dass du ein die Blick auf stimmt. Keine Ahnung, ich werde mich nicht umbringt, er einfach nicht umbringt. Ankommen beim Tempel des Anubis. Ich habe mir noch nie aufgefallen, dass Spinnenwebe überall sind. Okay. Ja okay, Numbani gefällt mir besser wie Anubis. Ich bin bereit zum Angriff. Ich bin bereit zum Angriff. Der Tod ist unter euch. Irgendwo ist immer 12 Uhr mittags. Wie ist das denn? Worauf warten wir noch? Hm. Angriffsphase beginnt in 30 Sekunden. Angriff beginnt. Warum suchen sich je die Trazer-Spielerin? Grundsätzlich schmeckt nie aus um eine Anzugreifen. Angriffsphase beginnt. Angriffsphase beginnt. Oh ja, die Bastion! Und schon wieder, sie geht nur auf mich! Und schon wieder, sie geht nur auf mich! Ich hab als erstes getrickt! 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 Und dann geh da in der Schritt runter! Gut gemacht! Ich hab als erstes getrickt! 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 Diesmal bringe ich sie zum Ende. Geht die Hacht über die. Mittel in den Glauben. Geht die Hacht. Die Stunde hat geschlafen aus dem Schatten. Ach komm! Die Stunde hat geschlafen. Die Stunde hat geschlafen, die Stunde hat geschlafen.